so liebe leute wir sind heute wieder dabei mit nichts mit hart per suite wie master art wir machen heute weiter mit den kaps kein vorschau keine vorschau los dich in ruhe interseptor da will ich ein bisschen was er so was haben wir denn hier für schöne autos ja wie gesagt zwei events pro folge die ich versuche abzuschließen und ja vier straßenschwerden zwei helikopter zwei imp wir müssen das ding in drei minuten 30 versuchen zu packen damit war das auto stellen was haben wir denn als gegner sie hat gerade noch am namen woher sieht das richtig aber verständige verdächtiger überschreitet alle tempolimits benötige unterstützung verstanden schreitende interseptereinheit ist auf dem weg eingreifen der interseptereinheit geht vorsichtig vor branche ich gebe mal bitte bis zum hinfall da oben ich gebe mal die rechte power hat der kleine Verstanden. Straßensperren ein Halt direkt vor eurer Stellung. Versuch das zu ändern, leider. Verstehen wir leider noch mal. Vielen Dank. Anforderung von Luft- und Abstandung erhalten. TNP aktiv ist, hier wird erfasst. Kontakt! Beschlüssel, Straßensperrer ist in Position. Wartensysteme ausgezeichnet. Verdächtiger benutzt ein Störsender. Alle Einheiten, zwei Gaben hier. Sie einsetzen. TNP kriegt er noch in einer Sucht. Bin mal durch. Gold. Am Anfang sind wir gut weggefahren, aber danach hat er das Gefecht. Eine Minute 56 haben wir gebraucht, um das Ding auf Gold zu rocken. Yeah! Okay. So, was haben wir? Als Schrauber, äh, als ist er noch nicht. Gut, weiter geht's. Das nächste Ding. Kann man nur noch vorschauen. Protect Surf. Ich will das Ding gerne noch mit nichts zu was haben. Schaleinsatz, Schaleinsatz. Ja, hier haben wir Schaleinsätze. Vorschau leckt mich doch am Arsch. Ich hab nur vorschauen. Na, scheinbar ja. Nur wirklich. Na, schade. Gut, dann fahren wir eine Vorschau. Na, dann kann man es eh nicht. Die ZR1 mit dem Codenamen Blue Devil ist die leistungsstärkste und teuerste Corvette aller Zeiten. Sie ist die erste in Serie gebaute Corvette, die eine Höchstgeschwindigkeit von über 320 Stundenkilometern erreicht und bietet die Performance exotischer Supersportwagen, die mindestens das Doppelte kosten. Die ZR1 besitzt zwar das gleiche Aluminiumchassis wie die Z06, jedoch wurde das Fahrwerk auf die unglaublich breiten Reifen speziell abgestimmt. Die Leistungssteigerung wird durch einen Kompressor erreicht, der dem 6,2 Liter V8 brachiale 647 PS bei 6500 Umdrehungen pro Minute einhaucht. In die ausgewölbte Motorhaube aus Kohlefaser wurde ein Polycarbonatfenster eingelassen, das den Blick auf den Ladeluftkühler der Chevrolet Corvette ZR1 freigibt. Ja, auf geht's. So, okay, dann geht's los jetzt mit dem Schnelleinsatz hier mit der Corvette. Also zweiter, zweites Rennen bei den Cops, das Ding ist irgendwie nach Hause. Reaktionszeit und du knallst als erstes direkt in die Wand. Ah, du willst aber schon in die Wand gedrückt bei dem Auto. Ja, das ist ja so. Ja, das ist ja so. Automatisch. Ja. Ich komm gar nicht hin, ey komm, ich komm, ich komm immer noch an die Wände. Regelmäßig. Ich komm gar nicht irgendwie raus, weil ich einfach die Kurse gehen zu drüsten. Das zieht sich schon in die Wand. Die nächste 2 Sekunden. Ich hab jetzt schon 10 Sekunden Strafe. Die nächste 12 Sekunden. Alleine nur, weil ich hier die Wände, weil wir regelmäßig die Wände rutschen. Ja, das ist ja mehr drin gewesen, 43 wäre drin gewesen. Aber ich hab das Gefühl, dass sie dann wollten, dass sie da definitiv irgendwo die Wand rutscht. Ich hasse, deswegen hasse ich diese Schnellensitze. Irgendwann gehen die mir nämlich auf den Sack, weil das ist einfach total eintönig und low. Muss ich sagen. Ich meine, ich hab ja bei Lieferes mit Weibels schon gehasst. Das war überhaupt nicht mein Fall. Da bin ich eher lieber hier diese Interceptor. Die mag ich halt irgendwo am liebsten. Interessanter hat versucht, die mag ich so gerne. Aber weil da halt auch nicht Action drin ist. Aber hier ist es so ein Mist. Naja, will ich mal sagen. Wir sind durch für heute mit den Cops. Und wir sehen uns nächste Woche wieder. Ah, nächste Folge wieder mit den Racern. Vielleicht auch nächste Woche. Ich weiß nicht, wann die Folge rauskommt. Wir sehen uns gleich noch einen. Und wir sehen uns da überlenen. Vielen Dank.